Sternengeschichten Folge 106 Lesersterne und adaptive Optik In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über die Wolken gesprochen. Die mögen wir Astronomen ja nicht so gerne, denn wenn Wolken am Himmel stehen, dann kann man die Sterne nicht sehen und die Kuppeln der Sternwarten bleiben geschlossen. Aber auch wenn der Nachthimmel klar ist, sind die Beobachtungsergebnisse nicht so gut, wie sie es sein könnten. Dass es bei der Beobachtung des Himmels Probleme geben kann, das war schon ziemlich bald klar, nachdem die ersten Teleskope erfunden worden sind. Schon im 17. Jahrhundert hat der, wie immer recht kluge Isaac Newton folgendes festgestellt. Auch wenn die Theorie des Teleskopbaus vollständig in die Praxis umgesetzt werden kann, würde es immer noch Grenzen geben, die mit einem Teleskop nicht überwunden werden können. Denn die Luft, durch die wir zu den Sternen blicken, ist in ewigen Aufruhr, wie man zum Beispiel an der turbulenten Bewegung der Schatten sehen kann, die von großen Türmen geworfen werden, und am Blinken der Sterne. Die einzige Lösung dafür ist möglichst ruhige Luft, wie man sie vielleicht auf den Gipfeln der höchsten Berge über den Wolken finden kann. Das, was Newton hier beschreibt, das ist die Luftunruhe, die von den Astronomen Seeing genannt wird. Die Atmosphäre der Erde ist ständig in Bewegung, und wenn sie das gleichförmig tut, dann passiert nicht viel. So eine Art von Strömung, die nennt man Laminar, und die findet man zum Beispiel hoch oben, dort, wo die Winde der Jetstreams mit hoher Geschwindigkeit wehen. Weiter unten wird es dann aber turbulent. Da sind verschieden warme und dichte Luftschichten, die bewegen sich unterschiedlich schnell, die steigen auf und ab und überall wirbeln kleine Luftzellen hin und her. Das Licht der Sterne muss durch diese ganzen Luftschichten hindurch, aus dem All, bis es irgendwann in die Öffnungen der Teleskope fällt. Im Vakuum bewegt sich das Licht immer mit der gleichen Geschwindigkeit von 299.792,458 km pro Sekunde. Aber in der Luft wird es gebremst und zwar unterschiedlich stark, je nach Beschaffenheit der Luft. Im Endeffekt führt das dazu, dass eine glatte Lichtwellenfront aus dem All am Erdboden verzerrt ankommt. Das Licht der Sterne leuchtet also nicht ruhig und gleichmäßig, sondern es flackert. Die Sterne scheinen hin und her zu hüpfen, und das erzeugt das typische Blinken, das man in der Nacht beobachten kann. Wenn man probiert, die Sterne zu fotografieren, dann kriegt man deswegen auch kein punktförmiges Bild, sondern eben einen verwaschenen, unscharfen Fleck. Die Teleskope, die könnten rein theoretisch viel schärfere Bilder machen, als sie es in der Praxis tun, weil die turbulente Luft eben dem Licht im Weg steht. Unter anderem darum befinden sich die großen Sternwarten, so wie von Newton vorhergesehen, auf den Gipfeln hoher Berge und meistens irgendwo in der Wüste. Dort ist es nicht nur ausreichend dunkel, sondern die Luft ist auch so ruhig wie sonst nirgends. Aber ganz entkommen kann man dem Seen eben leider nirgendwo auf der Erde. Man kann daraus natürlich die Konsequenz ziehen und die Erde verlassen. Ein Weltraumteleskop wird durch die Luftunruhe natürlich nicht gestört, denn es ist ja ein Vakuum des Alls und kann enorm scharfe Bilder machen. Das ist auch der Grund, warum die Aufnahmen des Hubble-Teleskops zum Beispiel so großartig sind. Das liegt am Vakuum und nicht bei der Größe des Teleskops. Würde man das Hubble-Teleskop auf die Erde versetzen, dann wäre es nicht weiter bemerkenswert und vergleichsweise klein. Aber Teleskope in den Weltraum zu bringen, das ist teuer und kompliziert. Ihre Größe ist durch den Platz auf den Raketen beschränkt. Und wenn die erst einmal oben sind, dann hat man kaum noch die Möglichkeit, da irgendwas zu reparieren, wenn was kaputt geht, die Teleskope aufzurüsten, nachzurüsten, neue Instrumente einzubauen, zu warten und so weiter. Darum bauen wir weiterhin Sternbarten auf der Erde und haben mittlerweile auch Methoden entwickelt, um mit dem Seeing klarzukommen. Schön wäre es ja, wenn man die Luftunruhe mathematisch berechnen könnte und die Bilder dann nachträglich mathematisch bearbeiten und so schärfer machen kann. Aber bis jetzt hat noch niemand einen Weg gefunden, Turbulenz mathematisch vernünftig zu beschreiben. Das Problem steht auch auf der Liste der berühmten Millennium-Probleme, für deren Lösung ein Preis von einer Million Dollar ausgeschrieben ist. Aber man hat andere Lösungen gefunden, zum Beispiel die adaptive Optik. In den 1970er Jahren wurde diese Technik vom amerikanischen Militär entwickelt und seit den 1990er Jahren wird die auch in der zivilen Astronomie eingesetzt. Das Prinzip dahinter ist eigentlich recht simpel. Das Licht, das vom Himmel kommt, wird dabei von einem Wellenfrontsensor genau vermessen. Dieser Sensor bestimmt, wie genau die Wellenfront durch die Atmosphäre verzerrt worden ist. Diese Information wird an den großen Computer geschickt, der dann genau berechnet, wie man einen Teleskopspiegel verformen muss, um diese Verzerrungen auszugleichen. Ein Teleskop mit attraktiver Optik hat genauso einen verformbaren Spiegel, der in Echtzeit angepasst werden kann. Diese Anpassungen passieren enorm schnell, ungefähr 100 Mal pro Sekunde. Und es sind auch nur sehr, sehr kleine Anpassungen, die man mit bloßem Auge gar nicht sehen kann. Bei der attraktiven Optik, da flackert der Spiegel des Teleskops quasi im Gleichklang mit dem Licht der Sterne und erzeugt so am Ende ein ruhiges und scharfes Bild. Damit das funktioniert, braucht man aber natürlich zuerst die Information über das Ausmaß der Verzerrung der Wellenfront. Und dazu muss man einen ausreichend hellen Stern beobachten, der auch noch an passender Stelle im Blickfeld des Teleskops steht. So einen Stern findet man aber nicht überall dort, wo die Astronomen gerade beobachten wollen. Deswegen verwenden große Sternwarten mittlerweile oft künstliche Lasersterne. Dabei leuchtet man mit einem starken Laser in den Himmel und in ca. 10-20 Kilometern wird der Laserstrahl an den Molekülen der Luft reflektiert und erzeugt dort einen künstlichen Stern, der dann von der adaptiven Optik als Input verwendet werden kann. Der Stern flackert genauso wie die normalen Sterne und kann eben genauso vermessen werden. Nicht verwechseln darf man die adaptive Optik übrigens mit einer aktiven Optik. Die ist dazu da, um die mechanische Verformung eines Teleskopspiegels auszugleichen, die entsteht, wenn das Teleskop geschwenkt wird. Die arbeitet ähnlich wie die adaptive Optik, ist aber viel langsamer mit nur etwa einer Anpassung pro Sekunde. Verformbare Teleskopspiegel und künstliche Lasersterne sind ein ziemlicher Aufwand, aber eben immer noch billiger als ein Weltraumteleskop. Trotzdem kann sich nicht jede Sternwarte so ein System leisten und deswegen hat man sich auch günstigere Methoden ausgedacht, um dem Seeing etwas entgegenzusetzen. Eine dieser Techniken trägt den schönen Namen Lucky Imaging, also ungefähr glückliches Fotografieren. Dabei macht man in einem sehr kurzen Zeitraum sehr, sehr viele Bilder mit kurzer Belichtungszeit. Denn das Problem mit dem Seeing entsteht vor allem dann, wenn man Bilder lang belichtet. Denn dann hüpfen die Sterne wegen der Luftunruhe eben hin und her und man kriegt ein unscharfes Bild. Wenn man aber nur kurz belichtet, dann haben die Sterne keine Zeit, dem Bild hin und her zu springen. Aber natürlich nutzt einem das nichts, wenn man am Ende trotzdem nichts sieht, weil eben nicht genug Zeit war, um genügend Licht der schwachen Sterne zu sammeln. Man muss die vielen Einzelbilder also nachträglich am Computer zu einem Gesamtbild addieren. Dabei kann man aber mit entsprechenden Computerprogrammen, die durch das Seeing hervorgerufene Positionsverschiebungen korrigieren, kann alle Sterne auf die gleiche Position verschieben und kriegt am Ende eine Aufnahme, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so gut ist wie die, die man mit adaptiver Optik machen kann, aber doch besser als ein Bild ohne irgendwelche Maßnahmen. Und dank der immer besseren Computer können mittlerweile auch die Hobbyastronomen mit simplen Instrumenten Lucky Imaging betreiben und trotz schlechter Seeing-Bedingungen gute Aufnahmen machen. Das ist auch nötig, denn perfekte Beobachtungsbedingungen, die findet man in der modernen Welt kaum noch. So wie die künstlichen Lichter unserer Zivilisation den Himmel immer mehr aufhellen, sorgt sie auch für künstliche Luftunruhen. Wenn sich zum Beispiel all die Steine in den Gebäuden der Städte tagsüber aufgeheizt haben, geben sie die Wärme nachts natürlich wieder ab und führen dann zu sogenannten thermischen Bodenseeing. Will man wirklich hervorragende Bedingungen zur Beobachtung des Himmels haben, dann muss man sich wirklich große Mühe geben. Seen kann auch durch die Sternwarten selbst verursacht werden, zum Beispiel durch Temperaturunterschiede zwischen der Außenluft und der Luft in der Teleskopkuppel. Man muss die Kuppel daher extra kühlen und die Temperatur zwischen drinnen und draußen angleichen. Und egal wie kalt es während so einer Beobachtungsnacht wird, den Heizkörper in der Kuppel aufzustellen, das kommt nicht in Frage. Heute ist das nicht mehr so ein Problem, weil die Teleskope sowieso vom Computer aus gesteuert werden und die Beobachter sich in einem abgetrennten Kontrollraum befinden und die Bilder des Himmels nur noch auf einem Computerbildschirm anschauen. Aber als die Astronomen früher noch selbst aufs Teleskop schauen mussten, da mussten sie auch viele kalte Nächte in der Kuppel ertragen. Eine perfekte Lösung für das Seen gibt es leider nicht. Teleskope im Weltall sind teuer und unhandlich und Teleskope auf der Erde müssen zwangsläufig durch die Atmosphäre der Erde blicken. Um daran etwas zu ändern, müssten wir auf eine Welt auswandern, die keine Lufthülle hat. Eine Sternwarte auf dem Mond wäre in der Hinsicht ideal. Aber bis wir Menschen im Mond soweit besiedelt haben, um an lunare Sternwarten denken zu können, da wird wohl noch sehr, sehr viel Zeit vergehen.